Der letzte Weg in guten Händen. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Trauerbegleitung steht Ihnen das Bestattungshaus Sandra Filinski GmbH aus Neubrandenburg mit Wissen und Können hilfreich und unterstützend zur Seite. Dabei übernehmen wir mit viel Empathie und Sorgfalt alle Anliegen, die bei einer würdevollen Verabschiedung anfallen und das rund um die Uhr. Rufen Sie uns einfach an für ein persönliches Gespräch. Untertitelung des ZDF, 2020